Das ist ein wunderbares Haus. Wie haben Sie es gefunden? Ich bin hier aufgewachsen. Früher war es ein Waisenhaus. Ich wollte schon immer hierher zurück und dann kam uns die Idee mit dem Heim. Es wird alles gut gehen. Als du klein warst, hattest du da keine Angst? Simon? Wie heißt du? Ich bin Simon. Wir spielen gerade. Das ist eine Spur. Mein Freund soll dem Mischern folgen und zu mir nach Hause zum Spielen kommen. Sie sind da draußen. Hörst du nicht? Ich werde nicht älter. Und ich wachse nicht. Genau wie meine neuen Freunde. Hast du mehr als ein? Es sind sechs. Simon? Liebling? Simon! Lauda! Nein! Nein! Simon ist nicht gestorben und ich werde alles tun, um meinen Sohn zurückzubekommen. Würden Sie erlauben, dass ein Medium Sie zu Hause besucht? Nein! Was soll ich tun? Was schlagen Sie vor? Sie hören, aber Sie hören nicht zu. Man muss nicht sehen, um zu glauben. Man muss glauben, um zu sehen. Glauben Sie und Sie werden sehen. Ihr könnt nicht verlangen, dass ich aufgebe. Lass mich hierbleiben. Nur zwei Tage. Allein. Drei Tage. 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 Drei Tage.